Ja hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Philz iPhone Blog. Im heutigen Video geht es um Badger 7, was die angepasste iOS 7 Version von Badger ist. Einige von euch werden sich sicherlich noch am Badger erinnern. Das Ganze ist ein Mitteilungstweak, mit welchem ihr eure Mitteilungen schneller und besser handeln könnt. Das Tweak ist sehr dynamisch gehalten und unterscheidet sich von Applikation zu Applikation. So habt ihr beispielsweise bei der Nachrichten-App die Möglichkeit, die SMS auf Gelesen zu setzen, sie zu löschen, auf sie zu antworten, den Teilnehmer anzurufen oder einfach nur die Nachrichten-App zu öffnen. Bei den meisten Applikationen habt ihr jedoch nur die Möglichkeit, die Mitteilung entweder zu löschen oder, indem ihr auf den Share-Button klickt, in die Applikation zu gehen. Nachdem ich euch nun die Grundfunktionalitäten von Badger 7 erklärt habe, möchte ich euch zeigen, was ihr alles konfigurieren könnt. Als erstes haben wir Invocation Method, also wie ihr Badger 7 aktiviert, jedoch kommen wir dazu später noch einmal. Kümmern wir uns als erstes um die optischen Eigenschaften. Als erstes haben wir hier einen Slider für den Blur-Effekt. Mit diesem könnt ihr einstellen, wie sichtbar der Hintergrund von Badger 7 sichtbar sein soll. Wenn ihr diesen auf 0 setzt, wird der Hintergrund nur leicht verschwommen und wenn ihr diesen auf 30 setzt, wird das Ganze sehr verschwommen und ihr seht eigentlich gar nichts mehr vom Hintergrund. Ich persönlich wähle deshalb einen Wert knapp unter 10, damit das Ganze seinen Effekt erfüllt, aber man trotzdem noch ein bisschen was vom Hintergrund sieht. Als nächstes haben wir Darken Amount. Wenn wir das auf 1 setzen, sehen wir schon, dass der ganze Hintergrund einfach nur schwarz ist. Setzen wir diesen Wert auf 0, wird nur der Blur-Effekt angezeigt und die Helligkeit bleibt unbelastet. Mir persönlich gefällt es wieder am besten, wenn wir den Wert ein bisschen unter die Hälfte schrauben, dadurch wird das Ganze zwar ein bisschen dunkler, jedoch sehen wir die Mitteilungen etwas besser und der Hintergrund verschwimmt auch nicht völlig. Als letztes haben wir Animation Duration. Damit stellt ihr ein, wie schnell das Ganze animiert wird. Das Ganze ist vergleichbar mit dem Umstieg von iOS 7.0.6 auf 7.1. Bei 7.1 wurden die Animationen des Systems etwas heruntergeschraubt und dadurch wirkt das Ganze schneller und flüssiger. Als nächstes haben wir Enable Pull to Refresh. Ich denke das Ganze ist selbst erklärend. Wenn ihr diese Funktion aktiviert habt, könnt ihr den Inhalt vom Badger 7 nach unten ziehen und der ganze Inhalt wird aktualisiert. Als nächste Funktion in den Einstellungen zu Badger 7 haben wir Include Notification Count. Wenn das Ganze aktiviert ist, zeigt es euch nicht nur an, dass ihr neue Nachrichten habt, sondern auch wie viele. Hier seht ihr zum Beispiel One New Notification. Und sollte sich die Anzahl von Mitteilungen ändern, wird das Ganze einfach hochgezählt. Solltet ihr diese Funktion deaktiviert haben, wird euch nicht angezeigt, wie viele Mitteilungen ihr habt, sondern es steht dann einfach nur dort Notifications. Als nächstes gibt es Sicklines. Wenn das Ganze deaktiviert ist, ist die Linie zwischen dem App-Symbol und den Nachrichten etwas schmaler und wenn ihr das Ganze aktiviert, ist das Ganze einfach ein bisschen fetter. Die letzten zwei Einstellungsmöglichkeiten von Badger 7 beziehen sich noch auf den Badge Count, also auf die Plakette, welches auf dem App-Icon ist. Hier zum Beispiel der rote Dreier. Wenn ihr Decrement Badge Count deaktiviert habt, dann zählt das Ganze nicht herunter. Wenn ihr irgendwelche Mitteilungen löscht oder sie auf Gelesen setzt und solltet ihr diese Funktion aktiviert haben, dann zählt auch die Plakette herunter. Die letzten beiden Buttons sind Clear Deleted Notifications und ein Respring Button. Den Respring Button benötigen wir nun bei den Invocation Methods. Diese setzen wir jetzt mal auf Double Tap, sprich Badger 7 wird aktiviert, wenn wir auf ein Icon mit einem Doppelklick draufklicken. Und wenn wir nun einen Swipe nach oben machen, passiert mal gar nichts. Wir müssen doppelklicken auf Byte SMS und dann öffnet sich Badger 7. Das Ganze ist wie gesagt nichts mehr als eine neue Aktivierungsmethode. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr lieber auf einem Icon nach oben wischt oder einfach einen Doppelklick drauf macht. Und weil wir gerade bei Aktivierungsmethoden sind, schauen wir mal in Activator, denn in Activator könnt ihr eine Badger-Funktion mit einbinden. Wenn ihr diese im Homescreen aktiviert, wird euch eine Liste mit sämtlichen Mitteilungen, welche ihr habt, aufgelistet. Ob das Ganze jedoch schon ausgereift ist, bezweifle ich, denn bis jetzt könnt ihr nur die Applikation starten, zu welcher die Mitteilung gehört. Von daher ist diese Activator-Geste bis jetzt noch etwas unbrauchbar. Ich wollte euch diese jedoch nicht vorenthalten und deshalb habe ich noch mal kurz etwas nachgedreht, denn ich habe das total vergessen beim Aufnehmen dieses Tweak-Reviews. Aber jetzt zum Schluss möchte ich euch noch kurz zeigen, wo ihr das Ganze herbekommt. Ihr bekommt das Ganze natürlich wie immer aus dem Studio Store. Gebt dazu oben einfach Badger in die Suche ein. Und dann seht ihr eh schon Badger 7 vom B-Flat Design Studios. Das Ganze ist für einen Preis von 1,49$ erhältlich und wird auf der BigBoss Rebook gehostet. Und das war es dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Falls dies der Fall ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen, Meinungen oder sonstiges haben, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.